Ich freue mich, dass wir heute wieder beisammen sind, die heilige Messe zu feiern. Heute am Herzmariensamster, der direkt am Gedenktag unserer lieben Frau vom Rosenkranz ist, am 7. Oktober. Und das ist genau auch der Auftrag gewesen. Die Gottesmutter hat den Seherkindern gesagt, sie sollen eine Kapelle zur Rosenkranzkönigin, zu unserer lieben Frau vom Rosenkranz erbauen lassen, damit die Menschen im Rosenkranz den Menschen Gottesmutter zu Jesus Christus suchen. Und ich denke auch an die Kapelle in Potscha, in Töbling, wo die Gottesmutter abgebildet ist, als die Schützerin über den Dorf, das die Flugzeuge abhält, die Bomber. Und das war auch das Gebet von Fatima um den Frieden in dieser Welt und um einen guten Fortgang für die Heimat. Und in diesem Sinne ist dann auch das Friedensgebet gewesen und wurde in den ersten Jahren sehr zahlreich besucht. Jetzt ist nur ein kleines Glückchen, das sich trifft, auch heute wieder, heuer wieder, am 22. Oktober. Aber es wird weiter gebeten. Und die Gottesmutter von Fatima verheirat, heute im Oktober vor 100 Jahren ist die letzte Erscheinung gewesen. Das große Sonnenwunder, das so viele tausende Menschen nicht mehr gesehen haben, sondern zu ihnen erst gerührt haben. Und so wollen wir den Herrn bieten, dass wir uns auch innerlich berühren lassen, dass die Gnade Gottes unser Inneres verwandelt. Und das wird im Rupf der Gottesmutter zur Unkehr hören und befolgen und zur Beten. Ich bekenne Gott für meine Mütter und alle Brüder und Schwestern, dass sie Gnades unterlassen und Böses dem Tarn haben. Ich habe die Sünde in Gehalte, Worte und Werte durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich, die selige Jungfrau, alle Kinder und Heilige, und euch Brüder und Schwestern, führe mich zu beten bei Gott, unseren Herrn. Der allmöchtige Gott erbarmen ist unser, er lebe von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Erbarmen ist unser, 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 erbarmen ist unser. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, diese deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe auf die Fürsprache der selten Jungfrau Maria und führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.